denn Moin Moin heute mit einem Späschel ist stellt sich doch auch vor da wird so stefan als YouTube n mit Städtchen die am Stopp ja ich denke und wird er von keinen vor Ort nein Titten vor ja alles klar wer hat der Titel lautet heute die Bahnhof Schiener Hüftging Schienersatzverkehr ist so Stefan ja und ich bin einfach die Lautsprechung Durchsage vom Bahnhof ok so da würde ich mal sagen beginnen wir mal das Spielen über ganz normalen Kampagne und versuchen mal den Gegnern Arsch zu versöhnen und der Titel lautet Betankungsüberfall am Bahnhof am Bahnhof genau meine sehr verehrten Damen und Herren Ihnen kommt sofort ein Schnellzug entgegen der Millionen von Euros mit sich bringt bitte überfallen Sie diesen Zug als erstes vielen Dank Ihre Bahnhof Ihre Bahnhof das klingt auch genial aber naja ey genau Titanfall wäre viel besser als wenn du anstatt Titans solche Züge hättest und solltest du das Spiel dann nennen Bahnhof Titan Bahnhof und anstatt einen Roboter kriegst du einen Zug runter ich wollte schon sagen so ein ICE ne ja und dann tue ich alle umrollen damit na ne den pimpen wir dann auf der hat erstmal ein paar Raketenwerfer und alles und ja so die IMC bereitet sich auf einen Angriff der ersten Milizflotte vor die kaum noch Streibstoff hat okay Leute okay es geht los nimm gefecht ach jetzt müssen wir nur die drei Punkte einnennen A B C äh ich springe mal zu B okay ich gehe zu C ne ich fahre mit zu B sicher ist ich bin direkt hinter dir Benji hier Benji ja ich sehs wo müssen wir langen Warte komm mit okay Lade nach komm mit hier Warte an alle geschütze bei Bravo sind online wir schnappen uns hier Ach ne C D ist egenem ab zu C genau ab zu C feindlichen Piloten ab Ah ich lebe gerade falsch ok ich trottel aber das kennt man ja schon von mir nicht anders wir verlieren Alpha ach schon ok ich hab noch 90 Meter zu C ja mal Alpha verloren wenn es einen Titan braucht sagt Bescheid ich kann einen Titan buchen ok ich hab mir auch mal was zu tun ich bin am einen wenn es einen C ja ich bin da ich bin da wir haben Bravo verloren wir haben bravo verloren wir haben bravo verloren vorrücken Lade nach beständige Systemüberbrückung D sie vernommen ab zu B A A da ist mein Titan vorbereitet ich bin hinter dir Okay. Für meinen Pfeifen, oder? Jo. Okay. Ich bleib fort hier. Okay. Ein bisschen weiter hinter dir. Mauer nicht so schnell. Also laufen wir jetzt in 2A, ne? Geht los. Wir Tython ist in 60 Sekunden einsatzbereit. Okay. Meiner ist in 60 Sekunden bereit bei Tython. Alles blau. Geht los. Wir Tython ist in 30 Sekunden einsatzbereit. Ich bin mal Richtung Bravo unterwegs. Okay. Bravo. Nehmen wir gerade ein. Wir haben fast alles eingenommen, Leute. Okay, mein Tython ist ready. Ich rufen. Befehl autorisiert. Überreicht machen für Tython Falls. Für immer. Das wird noch gaat've health. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Er muss noch ein paar Keeper mit dem Clifflish lich. Ich bin glücklich. Das ist ein sehr, sehr gut. Ich bin glücklich. Anstatt zurück. Dannître. Ein gifft. Die Leid. Sie brauchen ja auch ein zerstes. Oh nein. Ich bin glücklich. Wenn sie nicht so schnell gehen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ach, ich bin glücklich. Wecker! Ammon? Nee. Wir sind auf dem Weg. Das Training hat uns nervig gebracht. Ja, wir haben die Kunstgeschichte nicht genannt. Äh, wir machen... Wir gehen zum Bravo... Äh, Alpha. Ah, nee, Bravo. Ich bin bei Bravo. Jo, ich bin auf dem Weg. Ich bin in kompletten Zeiten. Okay. Ich bin jetzt bei Bravo. Bravo. Ah, ich bin tot. Schade. Ist es noch da? Ja, ich brauche meinen Titan, dann mache ich mich Richtung Bravo, Alter. Jo, ich bin auf dem Weg zu Bravo. Jetzt mache ich meinen Titan und dann kenne ich alle am Arsch weg. Ja, du, Jamie, nie. Ich muss mal kurz was ändern hier. Also die Kamera öffnen damit, da brauche ich auch mal einen anderen Prozessor. Ja. Ja. Ich tue die mal als Stoppen hier. Aber nichtdestotrotz machen wir das Let's Play trotzdem weiter. Ja klar. Ja. Wir haben Alpha verloren. Weil jetzt habe ich auch eine bessere Übertragung. Ja. Du Rindy. Alter. Leck mich fett. Ja. 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 Ich bin tot. Titan ist in 10 Sekunden und ready. Wo bist du denn du? Warte, ich bin bei A. Mein Titan tue ich gerade fernsteuern. Man kann ihn auch fernsteuern. Wenn du den verlässt, einfach Q drücken. Da ist der Autopilot. Ja, ich weiß schon. Warte, A. Ich bin am A. Ja, ich bin bei A. Ich rufe gerade mein Titan. Ja, Achtung, Titan. Bei A. Ja, ich bin bei A. Mit der Basel? Pilot, die Miliz baut ihren Vorsprung aus. Wir müssen das Blatt auf der Stelle wenden. Ich bin bei Bravo und hab zwei eigene. Wir sind alle. Wir sind alle. Okay. Alpha, Alpha. Wir haben Alpha verloren. Wir haben Charlie verloren. Wir haben Charlie verloren. Ja. Alpha. Ich hab nur 120 Meter. Also Leute, sorry, aber ich kann halt diesmal nicht mit Kamera aufsehen, weil das bringt mir zu sehr längst. Ich seh dich. Warte, 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 bevor es hineingeht. Ich bin bei A. Ja, ich auch. Geht. Ich bin auch drinnen. Ich bin bei den... Ja, Ding. Wir должен bei Wartel. Jo, wir haben... Ah, ich hatte die Seile. Okay, bravo, wa? Du musst aber auch schon mit mir reden. Oder? Steck das mal aus. Aber was ist die Höhe? Sie haben Alpha verloren. Ich hab nichts. Du Alpha verloren. Ach, hier bist du doch. Bist du im Paik, ne? Ne, nein. Ich gehe rüber zu Charlie. Geht's zu Alpha? Ich habe einen Titan vernichtet. Jawohl. Wir sind geschlagen. Wir begrenzen unsere Verlust und verschwinden. Die Dimension abgebrochen. Vorrücken zum nächsten Evakuierungsform. Wo muss ich jetzt hin? Wir sind zum Evakuieren. Ich bin ja hier gesagt irgendein Schiff, aber das mache ich aber nie. Obwohl ich diesmal mache. Alter, da habe ich jetzt noch einen Titan vernichtet, ne? Wir haben nicht mal die Hälfte ihrer Flotte verstört. Boah, fuck. Wir haben nicht das Schiff. Mensch, Stefan, du gehst da ganz schön ab, hä? Ja. Ich bin mit dem Schiff drehen. Leute, schaut euch an Stefan. Na ja. Bin zufrieden. Ich auch. Wenn euch das letztlich gefallen hat, lasst euch doch ein... Lasst euch doch ein was? Lasst doch ein Abo da, ein Like da und... Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, zufrieden vor. Nein, die Bahnhofgänge hat zugehauen. Bahnhofgänge. Und hier habt ihr gesehen, dass ich jetzt noch auf... Stufe 3 aufgestiegen bin. Und... Was? Artillerie. Neues Titan Layout, habe ich bekommen irgendwas. Gut.